Hey Freunde, was geht? Hier ist We Are Lost. Ja, lang ist her, dass ich euch was zu Call of Duty Modern Warfare 2 Remake erzählt habe. Aber ich wollte in diesem Video jetzt einfach mal die ganzen Snippets und kleinen Teaser rund um das bisherige verfügbare Multiplayer-Gameplay sozusagen zu Modern Warfare bringen. Das Ganze findet natürlich immer irgendwo ein bisschen im Geheimen statt und aktuell ist das mehr oder weniger auf TikTok und oder Instagram unterwegs. Da wird auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Call of Duty nicht wirklich was gebracht. Deswegen muss man immer ein bisschen dicken, immer ein bisschen aufpassen und gucken, was Sache ist. Deswegen auch hier nochmal der Disclaimer. Das Footage, was ihr im Hintergrund seht, das größte Teil ist halt einfach rendered, rendered, rendered. Weil einfach die Qualität natürlich, A, Hochkant-Videos, TikTok. Grüße gehen raus, da natürlich nochmal dann entsprechend im Render-Programm von mir gerendert wird, dann von YouTube nochmal verarbeitet wird und, und, und. Deswegen erwartet nicht die beste Quali, aber wir können zumindest mal ein bisschen was dazu sehen. Das allererste Video, was schon ein bisschen her ist, damals war hier, wie man sieht, wie ein Spieler im Endeffekt über eine Map läuft. Farm 18 hier genannt, Farm 18 ist im Endeffekt diese klassische Map, die ich ja schon mal im Video genannt habe, mit diesem Shoot-House-Szenario in der Mitte. Da wird im Endeffekt im Hintergrund von dem Kollegen auch erzählt, wie sie so eine gewisse Map auch gestalten. Also es geht im Endeffekt um den Prozess dahinter, was hinter so einer Multiplayer-Map alles so passiert, welche Elemente eingefügt werden und so weiter und so fort. Wir sehen den Kollegen hier mit einem Sturmgewehr, sieht ein bisschen aus wie eine AR-15 oder eine M4. Könnt ihr mal schreiben, was ihr denkt, was es ist und der läuft hier eben durch die Welt. Das Ganze hier eben auf Farm 18, man sieht das auch bei der Darstellung im jeweiligen Editor. Hier wird sich scheinbar wieder zurückbesinnt auf das klassische 3-Lane-Layout, also 3-Lane-Layout in Call-of-Duty-Maps. Du hast im Endeffekt drei Wege, die du gehen kannst, so der Klassiker. In der Mitte hast du diese Shoot-House-Area, wo du im Endeffekt entscheiden kannst, will ich mich da halt im Close-Quarter mit anderen battlen. Das Klassische, was man ja von COD kennt. Dann wird noch darüber geredet, was auch die Gestaltung mit verschiedenen Objekten wie Bäumen und Büschen, was es da halt auf sich hat. Also Foliage, wie es ja auch im Gaming genannt wird, dass man darauf achtet, dass man nicht zu viel setzt. Dass natürlich Leute sich nicht irgendwie in Büschen oder in verschiedenen Ecken halt da vercampen können. In Call of Duty ist mal eine ganz wichtige Sache. Und was eben dazu gehört, diese Entscheidungen zu treffen. Man sieht anhand des Gameplays so ein bisschen das Feuer in einer Waffe. Den Recoil finde ich eigentlich ziemlich, zumindest den visuellen Recoil müssen wir jetzt hier nennen, wie er dann wirklich im Game ist. Müssen wir schauen, sieht man ein bisschen an der Wand die Einschusslöcher. Sehen meines Erachtens ganz gut aus, wirkt auch jetzt ein bisschen unhandlicher. Was ich persönlich echt, ganz ehrlich, grundsätzlich an Call of Duty eigentlich auch ganz cool finden würde. Natürlich wird das kein semi-realistisches Game so, ne? Aber dass da ein bisschen mehr Recoil hier und da dazu gehört, vielleicht Recoil-Patterns, die du schießen musst, damit du da auch eine Lernkurve hast. Würde ich ganz cool finden, werden wir natürlich schlussendlich erfahren, wie es dann im Game ist. Dann haben wir noch einen der neuesten Clips auf TikTok und da geht es im Endeffekt um das Audiodesign von Modern Warfare 2 Remake. Da wird im Endeffekt am Anfang erklärt, wie das Ganze vonstatten geht, dass die halt on location gehen und verschiedene Sachen natürlich aufnehmen. So den Environment Sound, Sachen wie Tanks, wenn die abgefeuert werden, Helikopter rüberfliegen, nachladen, Türen schließen, das Schießen von diversen Waffen und so. Das ist ja nichts Unbekanntes in der Geschichte der Spieleentwicklung, aber zeigt nochmal so, welcher Detailgrad da auch reingeht. Und wenn wir über Sound reden und natürlich Call of Duty mit einbeziehen, dann wissen wir vor allem für die ganzen Warzone-Fans da draußen, was alles schief gehen kann. Ich meine, Warzone ist ein langfristiges Thema und auch ein Meme, was Sound in Videospielen angeht. Da werden Footsteps, also Fußschritte, so teilweise gar nicht wirklich gehört oder irgendwo gehört. Und hier in dem Video versuchen sie zu erklären, dass halt für Modern Warfare 2 auch eine gewisse Art von überarbeiteten Sounddesign dazukommen soll. Jetzt sehen wir im Hintergrund größtenteils Szenen aus der Story-Kampagne. Aber es gibt eine Szene, da sieht man leider nur ein Standbild, wo im Hintergrund im Endeffekt ein Bild zu sehen ist. Und hier sehen wir eine Figur, die wohl eine AK hält. Und im Hintergrund diese leicht Low-Poly-Map, das soll wohl die Map Museum sein. Also das ist bekannt geworden, wo im Museum-Map, die ja auch schon als Rumor oder als Leak im Endeffekt schon im Internet umher kreuchte und fleuchte. Und die sehen wir hier auch nur ganz kurz. Aber im Rahmen von Multiplayer-Gameplay eben auch noch die wichtigen Informationen. Sie haben an dem neuen Audio-Design gearbeitet, unter anderem auch im Rahmen der 3D-Audio-Engine. Da soll es jetzt wohl besser funktionieren, dass du eben auch Gegner, also andere Spieler, gerade anhand ihren Fußschritten einfach auch tracken bzw. orten kannst. Also mehr hören kannst, in welcher Richtung sind sie, wie weit sind sie entfernt, sind sie über dir, unter dir und so weiter und so fort. Wenn man natürlich erst im finalen Gameplay schlussendlich bzw. vorab dann in der Beta halt testen können, wie weit das wirklich funktioniert. Und man muss ja auch sagen, dass diese Fußschritt-Mechanik zumindest im Multiplayer-Teil von Modern Warfare 2019 zuletzt, ja besser funktioniert hat, als schlussendlich dann natürlich auf der großen Warzone-Map. Ob sie das schaffen für Warzone 2 auch zu implementieren, würden sich natürlich viele freuen. Und ich bin natürlich einer davon, der sich freuen würde, wenn die Fußschritte auch besser oder überhaupt hörbar sind. Natürlich ist das jetzt alles sehr begrenzter Umfang an Gameplay-Material und natürlich nicht am besten aufbereitet über TikTok und Co. Was man jedoch aber sehen und sagen kann, anhand des bisherigen Materials, ist, dass es grafisch schon was hermacht. Das kann sich auf jeden Fall mit Modern Warfare 2019 messen. Und ich finde, dass gerade so Beleuchtungseffekte, wenn man sich so ein bisschen die Schatten und den Lichtverlauf anschaut, das Ganze schon noch ein bisschen was mehr hermacht. Auch wenn die Schüsse da einschlagen, natürlich muss man immer abwägen, wer das im Multiplayer auch überhaupt fühlt und spürt. Weil wir wollen natürlich alle FPS und die Performance, die ja leider gerade in Warzone für viele nicht perfekt waren, werden durch Downgrains der Grafik natürlich versucht zu verbessern. Deswegen werden diese visuellen Sachen eh bei den meisten Multiplayer-Spielern unter euch natürlich dann im Endeffekt leiden. Aber trotzdem sollte man es einfach erwähnen, was für Details da da sind. Gerade mit der neuen Engine, die ja jetzt auch in Modern Warfare 2, beziehungsweise die erweiterte Engine, ja genutzt werden soll, um laut eigenen Aussagen Modern Warfare 2 Remake im Endeffekt als den nächsten Step in der Call of Duty-Geschichte halt an den Start zu bringen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf alles, was natürlich noch revealed wird. Spätestens am 15. September ist es ja soweit, da soll ja sehr viel revealed werden. Und unter anderem natürlich zu Warzone 2, auf das wahrscheinlich sehr viele da draußen auch warten. Gerade ich als langjähriger Battle-Royale-Spieler werde dann natürlich mit am Start sein. Und wenn ihr nichts dazu verpassen wollt und ein Teil davon werden wollt, dann haut auf jeden Fall euer Abo rein, damit ihr kein Video dazu verpasst. Und schaut natürlich gerne bei mir im Livestream vorbei. Wir werden vorab natürlich auch nochmal in Warzone reinschauen, um uns ein bisschen warm zu schießen. Da waren wir ja sehr lange am Start und einfach nochmal das Gefühl dafür zu bekommen, um dann schlussendlich mit Reveal von Warzone, was laut Gerüchten ja eventuell schon im November sein könnte, laut diversen Leaks. Aber Leaks sind natürlich immer, take it with a grain of salt. Ansonsten werden wir wie gesagt am 15. wahrscheinlich Bescheid wissen, was Sache ist. Ansonsten, die einzige Information, die man noch weitergeben kann, ist, es gibt ja für alle Vorbesteller, da ist wieder der Vorbestellerbonus, einen einwöchigen Vorabzugang für die Kampagne, die man sozusagen vor offiziellen Release dann schon spielen kann. Wer das möchte, kann das tun. Ansonsten kann ich immer nur raten, vorsichtig in der heutigen Zeit bei Vorbestellung von Videospielen. Wir wurden leider in den letzten Monaten und auch Jahren immer wieder auch von AAA-Sachen sehr enttäuscht. Aber die Hoffnung ist immer noch groß, dass Modern Warfare 2 Remake einfach einer der bisher besten Shooter werden könnte, den wir in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder kommenden Jahr erhalten werden, gerade was Multiplayer angeht. In diesem Sinne kann ich nur sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video und Bado Erziel immer im Auge. Ich bin erstmal raus. Euer Lost. Untertitelung des ZDF, 2020